Hallo liebe Camper, ein herzliches Willkommen bei MIGA Caravan bei uns auf dem Kanal. Ich habe euch versprochen, ich zeige euch heute schon mal so einen kurzen Einblick über die Ast Einzug Hilfe, wie wir die verbauen, wie der Hergang ist und da habe ich so ein paar Filmsequenzen gemacht, habe am Schluss ein bisschen was erklärt, ist ein sehr kurzes Video, muss auch nicht immer so lang sein, aber das ist ganz interessant, wie man das Ganze dann letztlich in die Vollendung bringt und da sind wir jetzt gerade noch aktuell dabei, nur heute Nachmittag haben wir schon mal platziert, ausgemessen und da möchte ich euch mal ein bisschen mitnehmen, wie das Ganze vonstatten ging und wie man da das Ganze dann letztlich, wie das ausschaut, wenn das Ganze eingebaut ist und dazu würde ich sagen, verschwinden wir mal in die Werkstatt. Ast-Zuziehhilfe. Ja, hier sind wir fleißig am Einbau, das habe ich euch ja gesagt und jetzt wollte ich euch hier mal ein bisschen was zeigen vom Einbau selbst. Man muss hier die Spüle rausbauen, das ist zwingend notwendig, weil sonst kommt man nicht anständig hin, sonst kann man da nicht anständig arbeiten. Dann muss man hier natürlich dementsprechend eine kleine Aussparung machen, weil hier dann die ganze Elektrik, sprich die eigentliche Schließanlage eingesetzt wird. Da wird natürlich dann noch ein Deckel hinten drauf gemacht, damit das alles geschützt ist. Hier seitlich sehen wir das Schwungrad, also das Schwungrad Quatsch. Hier sehen wir den Schließ, die Schließmechanik, die sich dann letztlich dreht, um das Schloss einzufangen, die Türe einzufangen und dann nach innen zuzieht. Das wollen wir euch dann natürlich noch genau zeigen. Und wenn das fertig ist, aber so schaut es schon mal aus, wie das letztlich platziert wird, muss man natürlich vorher exakt ausmessen. Also ihr seht, es ist schon wieder mal so ein richtiger Aufwand, aber weil ich schon da bin, kann ich euch auch hier gleich mal zeigen, wie hier überall der Tournee richtig lässig und mega heftig ausisoliert ist. Also echt top, die ganze Geschichte. Ja, hier haben wir natürlich warm-kalt, hier haben wir den Abfluss, nicht erschrecken, das wird alles wieder fachgerecht natürlich eingebaut und dann haben wir die Einziehhilfe auch schon platziert. Dann wird die noch um Strom angeschlossen, letztlich. Dann müssen wir hier noch verpflichtend den Aufkleber drauf machen, die Rähmchen da alles noch fix und fertig machen und dann sind wir hier auch schon durch. Hier auf der Seite sehen wir jetzt, dass das Blech hier eingesetzt ist, wo natürlich die ganze Apparatschaft hinten gehalten wird. Das müssen wir natürlich sauber schön abspritzen, damit das alles schön dicht ist danach. Und hier, jetzt können wir nur durchschauen, sehen wir hier den Schließmechanismus, der dann durchgreift und letztlich das ganze verschließt. Also alles in allem, echt eine tolle Sache. Ich finde, so eine Schließanlage ist richtig geil. Wir werden uns da auch noch mal ein paar Gedanken machen, weil nämlich die gleiche Schließanlage schaut optisch ein bisschen anders aus, gibt es natürlich auch für die Hecktüre. Gerade wenn wir hinten, und da muss ich euch sagen, Fahrradträger drauf haben. Also mega mäßig, da kann man hinten an der Hecktüre, ich erlaube mir das jetzt einfach einmal, hier kurz aufzumachen, kann man nämlich, hier auf der Seite wird dann die Einziehhilfe montiert, die wird dann hier hinten aufmontiert, weil hier hängt ja meist nicht der Fahrradträger dran, dann macht man hier zu und dann kann man hier einfach die Türe nur, weil der da kommt ja weg die Öse da, dann wird die Tür nur angelehnt und dann macht die schon und schließt dann richtig zu. Und jeder, der einen Fahrradträger hier hinten dran hat, weiß, wie übel das ist, wenn man hier die Tür zu machen muss. Also das ist ein Spiel, was wirklich nicht leicht ist. So, die Feineinstellung wird dann hier noch durchgeführt mit der Ast-Zuziehhilfe, damit es dementsprechend dann sauber flutscht und die Tür sauber schließt. Und das machen wir dann morgen früh noch gar und dann ist das Fahrzeug auch schon fertig und wieder abholparat. Da freuen wir uns auch schon wieder drauf, wenn das dann wieder auf die Straße kommt. Jedenfalls finde ich das eine ganz tolle Sache und das wird auch unser Projekt bekommen. Da habe ich schon entschieden, das wird da auch eingebaut und da starten wir jetzt auch. Felgen sind aktuell leider vergriffen, nicht lieferbar, aber die werden demnächst, hoffe ich, bald kommen. Ja, so schaut das Ganze aus. Morgen machen wir noch die Elektrik und den Rest und Schildchen und Deckelchen und dann ist das Ganze fertig. Und auch dieses werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das zeige ich euch natürlich genauso. Und da nehmen wir euch auf alle Fälle auch wieder mit, wie das Ganze dann in der Vollendung ausschaut. Und jetzt hätte ich nur eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ihr müsst verstehen, ich kriege unwahrscheinlich viele E-Mails und Nachrichten. Doch bitte nicht wundern, wenn ich so Nachrichten auf Instagram kriege. Ich poste ein Bild von einem Tournee und ich kriege dann, was kostet das? Ich habe wirklich bei aller Liebe keine Zeit, das effektiv alles immer durchzuwühlen. Und da kann schon mal sein, dass dann von mir eine Antwort kommt wie, ja, kostet Euro. Weil ich finde halt, eine ernst gemeinte Anfrage geht halt am einfachsten unter info.at.mica-caravan. Dann kann ich euch detailliert sagen, weil ein Preis zu sagen auf einem Bild ist ein totaler Blödsinn, weil ihr müsst ja auch wissen, was ist denn in dem Auto verbaut. Und da geht es gar nicht darum, dass ich irgendwelche Leute oder Käufer für Dummheit, für Blödheit oder sonstiges. Es geht einfach nur darum, dass ich als seriöser Verkäufer nicht einfach einen Preis in den Raum schmeißen möchte, ohne eine detaillierte Auflistung zu machen, was denn da alles verbaut ist. Denn wenn in dem Tournee schon zig hochwertige Wechselrichter Lithium-Akku und weiß der Teufel was verbaut ist, natürlich kostet er dann etwas mehr, wie wenn das nicht verbaut ist. Und viele Tournees haben bei uns schon eine gewisse Ausstattung. Und da kann ich nicht einfach sagen, ohne jegliche Weideausführung kostet 65.000 Euro. Ja, jetzt kann das viel zu teuer sein für denjenigen, weil das aber gar nicht der Preis ist von einem Tournee, sondern der Preis ist von diesem Tournee in der Ausstattung. Was aber vielleicht ein anderer, der auch hier steht, wesentlich günstiger oder teurer sein muss. Also ich möchte halt einfach wirklich einen seriösen Preis nennen, eine seriöse Auskunft geben. Und das kann ich weder auf Insta, noch auf Facebook, noch auf sonst irgendwas, weil ich kriege so viele Nachrichten. Ich war auch gar nicht mehr Herr von den ganzen Medien. Der eine schreibt per WhatsApp, der nächste schreibt per Instagram, der nächste per Facebook. Alles gut, es ist auch toll so. Aber bitte detaillierte Anfragen doch über unsere E-Mail-Adresse, ganz normal über unsere Firma, damit wir auch dementsprechend eine E-Mail an euch verschicken können. Weil in einer E-Mail das zu schreiben auf der Tastatur ist ein bisschen einfacher, wie am Handy da etliches reinzutippen, was dann letztlich in dem Auto drin steckt und was da wäre. Und das macht so für mich keinen Sinn. Und darum finde ich das einfach angenehmer, wenn ihr wirklich Anfragen habt, überhaupt kein Problem. E-Mail schreiben und rein oder noch viel besser einfach kurz anrufen und dann kriegt ihr sofort die Auskunft, was da drin ist und wie das Auto liegt oder was das kostet. Das ist so ein kleines Anliegen von mir, weil ich möchte ja keine Missstimmung haben und ich möchte ja nicht, dass da jemand stinkig ist oder sonst was, wenn ich da nicht wirklich groß darauf antworten kann. Ja, weil ich habe ja auch noch ein bisschen was zu tun hier und nicht bloß den ganzen Tag am Handy zu sitzen. Und das bitte auch nicht falsch verstehen, wir müssen auch noch ein wenig was schaffen und hier ein bisschen was arbeiten. Boah, kalt! Ja, das war's schon. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht losfahren. Ich darf mich wieder ganz herzlich bedanken. Mal euer Meinung, was ihr von der Zuziehhilfe haltet. Ich finde sie grandios. Habe ich ja vorgestern angedeutet. Ich finde sie echt toll und lohnt sich echt das Ding nachzurüsten. Preislich finde ich ist es okay. Ich glaube die Zuziehhilfe als Medium kostet 500 und dann kommen noch drei Stunden Einbau oder so dazu. Also da liegen wir ungefähr insgesamt, weiß ich nicht, 800, 900 Euro. Ich müsste jetzt genau ausrechnen, aber selbst für 1000 Euro finde ich das eine tolle Sache, weil die Tür schön leise schließt, alles top. Also ich finde es eine gelungene Sache und sollte man auf alle Fälle im Auge behalten. Also wie gesagt, unser Umbauprojekt wird ihr auch kriegen. Ich finde auch geil das Ding für die Hecktüre, also finde ich auch richtig scharf. Funktioniert auch sehr toll, also echt mega. Schreibt mal unten rein, was ihr davon haltet. Also über ein Like freue ich mich natürlich immer, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch und natürlich auch über ein Abo, da freuen wir uns riesig. Übrigens auch nochmal ganz ganz herzlichen Dank. Das habe ich noch gar nicht gesagt, muss ich nachholen für die 5000. Ich bin überwältigt und ich kann nur sagen, phänomenal, phänomenal. Und das macht auch uns wieder richtig Spaß, da noch mehr zu bringen und noch mehr zu tun und noch mehr zu machen. Und ich verspreche euch, es wird auf unserem Kanal garantiert nicht langweilig. Wir werden da ganz ganz viele Dinge machen und auch immer wieder was Neues tun. Und da freuen wir uns schon riesig drauf. Und was ich euch jetzt schon anmerken möchte, den werden wir jetzt dann fast, ja, bald das Produzieren anfangen. Unser digitaler Adventskalender, der aber dieses Mal nicht hier stattfindet, sondern da lasst euch mal überraschen. Das wird eine richtig tolle Sache. Ich bin gespannt. Ah, und noch was. Herrgott, hätte ich fast vergessen. Mein Wettbewerb läuft ja noch mit unserem lieben Kemper Tobi. Und er ist schon wieder gnadenlos am Aufholen. Also wenn ihr noch irgendwo ein Instagram-Konto versteckt habt, ich freue mich irrsinnig über ein Abo von euch. Damit mich da wenigstens der Kemper Tobi nicht abhängt, sondern ich ein bisschen von bleibe, wenn er schon auf YouTube so stark ist. Was er natürlich auch total verdient hat. Höchsten Respekt vor dem, was er tut. Aber auf Instagram möchte ich ein bisschen weiter von sein. Und es wäre mega geil, wenn er mir da ein bisschen helft und euer Abo schenken geht. Ganz ganz lieben Dank dafür und bleibt gesund. Schöne Grüße aus Dingesbühl. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.